Tach Leute und herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Burnout Paradise. So, Karte, Karte, Karre gestartet und direkt in eine Road Rage Rennen. Und uns trennen nur noch 12 Siege von der Klasse A Lizenz. Das sollte doch bald drin sein. Vielleicht nächsten Part, übernächsten Part, ich weiß es noch nicht. Das ist alles hier noch Kinderkram. Das kriegen wir locker hin. Denn die Jungs, die sind zum Verschrotten da. Wo bin ich denn jetzt hier unterwegs? Das war so klar. Ich werde nicht rüberkommen. Okay, wir fahren jetzt einfach mal in die Berge. Dass wir da relativ easy die Takedowns dann doch hinkriegen. So, ich fahre mal hier hoch. Die folgen uns ja eh, die Jungs. Die sind ja so nett. So, jetzt. Ja, uh, das war knapp. Also, hey, wäre diese Sequenz jetzt nicht gekommen, dann hätten wir auch eine drüber bekommen. Ey, du fährst wieder zurück, du Arsch. Ey, das war ein Doppeltaketown. Ach nee, er hat nur getankt. Alter. Mein Herr, er hat... Oh, er geht aber voll aufs Ganze da. Den habe ich doch gar nicht getroffen. Na gut, die Punkte-Richter haben entschieden. Doch, hat er. So, mein Junge. So, mein Junge. Bleib ganz cool. Bleib ganz cool. Ah. Schwitzt er schon. Angst im Nacken. Alter. Alter. Oh, oh. Achtung. Da sind parkende Autos, Mann. Naja. Ich hoffe, er hat eine gute Versicherung. Jawohl, ja. Und ich glaube, das war es schon für uns. Ne, noch einen brauchen wir. Na, der ist immer noch nicht hinüber. Okay, hier ist eine Abkürzung. Nehmen wir gerne mit. Und da treffen wir sie gleich. Am Ende der Abkürzung müssten wir sie gleich wieder treffen, die Jungs. Zack. Da sind wir wieder. Hallo. Da habe ich einen Takedown kassiert. Da hat er mir ordentlich einen mitgegeben, der kleine Spast. So, kritischer Takedown. Jetzt dürfen wir keinen mehr kassieren. Beziehungsweise wir müssen erstmal einen austeilen. Also, konzentriert. Lieber ein bisschen langsamer fahren. Hallo? Könnte mal irgendeinen Takedown hier auch zählen für mich? Komm jetzt, komm jetzt. Danke. So, Ziel erreicht. Fick dich. Alter. Knallhart hier an der Front. Tschüss. Was ist mit ihm? Ach so, er hatte wieder so einen Platten. Bekannte Platten. Jetzt spack endlich ab hier, Junge. Die Verschwimmeneffekte sind eben auch geil bei dem Spiel. Das haben sie gut gemacht, dass man halt die matschigen Texturen nicht so sieht, sondern dass es halt immer spektakulär aussieht. Das ist heutzutage gar nicht mehr so innen, ne? Passt aber sehr gut zu dem Spiel. Möchtet ihr mit hier hoch? Ne. Okay. Da kann man auch langfahren. Warum nicht? Damit scheidet er wahrscheinlich aus aus dem Rennen. So, bitte mal, Idiot. Verfick dich doch mal. Uah, wo sind wir denn unterwegs hier? Auf jeden Fall sind wir wieder auf der Piste. So. Abgespratzt. Und die Abkürzung mitgenommen. So, hier oben haben wir auf jeden Fall noch Abkürzungen, die wir freischalten müssen. Hier, das haben wir alles noch nicht gemacht. Und auch das rote Schild. Zwei rote Schilde. Vertikal-Takedown. Alles klar. Einfach mal gepflegt, obendrauf gedödelt. Ihm, wie bei Super Mario, auf den Kopf gesprungen. So. 13 Takedowns ausgeteilt von nötigen 6. 11 Siege noch. Und vor uns, guckt mal da rechts. Da war einer gewesen. Der hat einen auf den Sack bekommen. Hier ist ein Market Man. Also, wenn wir Market Man machen... Oh, hier. Ein rotes. Ich will die Frage, wie kommt man da durch? Irgendwie müssen wir da hochspringen. Wir machen erst mal die zwei rote Schilder, die wir da eben durchbrettert haben. Aber wir reparieren erst mal die Karre. Die ist ja wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Wo ist denn die Reparaturwerkstatt? Ach, hier. Zack. Wunderschön. Wunderschön. Ich glaube, da war das Waschen mit inklusive. So, hier waren wir aber schon. Wo war denn das? Ey Leute, ich bin ja nicht blöd. Wir sind doch hier eben irgendwie lang gefahren. Ne, hier war das auf jeden Fall nicht. Hä? Wir sind hier gerade irgendwo lang gedonnert. Ne, das war doch hier. Hier bin ich lang. Und da bin ich links, genau. Hier, jetzt hier links. Ne, hier bin ich nicht lang gefahren. Kommt mir nicht so bekannt vor. Da, da, da. Aber das Schild ist weg. Da war doch das Schild. Da ist das Schild. Die haben wir schon alle. Warum haben wir die nicht schon? Schade. Ach so, die sind beim Rennen dann immer wieder komplett aufgestellt. Jetzt habe ich es gerafft. Dass man das besser sieht. Und die sind jetzt nur so defekt, dass man sofort erkennt, das habe ich schon gemacht. Ah. Sehr schön. So kriegen wir auch das. So. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Rennen. Ein Rennen. Ein richtig schönes Rennen. Ne, da oben. Rotes Schild. Die Elster ist unterwegs. Wo? Da. Man muss hier auf das Dach springen, rechts oben. Ich vermute mal, wir müssen über das Parkhaus da rein. Was haben wir hier noch? Ey, das sind alles Wege. Die kenne ich ja nur nicht. Okay. So nicht. So wird es nichts. Wir halten fest. Das war scheiße. Aber hier ist auch nichts weiter. Vielleicht führt hier irgendwann mal ein Rennen unten lang. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, fände ich es persönlich auch besser, wenn die Strecken abgesperrt würden. Also wie bei Need for Speed. Most Wanted oder so. Oder wie bei allen Need for Speed, wo die Strecken dann richtig schön abgesperrt sind. Finde ich persönlich besser. Weil hier hat man sich teilweise schon so verfranst manchmal, ja, dass man dann keine Chance mehr hat, das aufzuholen. Okay, ein super Jump haben wir hier drüben. Und irgendwo, das geht hier, das geht glaube ich gar nicht auf das Dach, ne? Das habe ich mir, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Okay, dann machen wir mal den Jump. Meine Güte. Zack. Jawohl, den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. So. Market Man. Okay. Market Man. Hat man eigentlich gesagt, wir wollten das Auto nochmal reparieren. Haben wir nicht gemacht. Sehr schön. Ach, das ist kein Problem. Da sind doch ein paar Werkstätten auf der Piste. Ui. Ui, das war knapp. So. Hier oben kenne ich mich besser aus, deswegen bin ich jetzt mal hochgesprungen. Nein, um ehrlich zu sein, war es einfach nur Zufall. Aber es sah spektakulär aus, als hätte ich wirklich einen Plan dahinter gesehen. Ich würde es mir glauben. Da links war ein rotes Schild. Aber ich glaube, das hatten wir schon. Hier ist eine Werkstatt irgendwo. Da ist eine Werkstatt. Lass mich jetzt mal, lass mich jetzt zur Werkstatt. Dankeschön. So, jetzt nur links bleiben. Nur links bleiben. Und wenn da die Abkürzungen kommen, die nehmen wir natürlich mit. Da waren ein paar geile Sprünge. Denn wir wissen... Ja, durch, Alter. Durch Sprünge laden wir hier unseren Boost auf. Jetzt. Jawohl. Und nochmal. Zack. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt einfach mal ein bisschen leiten hier von der Leitplanke. Alter. Das ist zu schnell. Das ist nicht gut. Das ist einfach zu schnell. Das Gute ist aber auch, dass es hier so eine Luftleitlinie noch gibt. Bekannt aus hier im Krankenhaus. Die gemeine Luftleitlinie. Das ist eine Wand. Beziehungsweise erst mal eine Treppe. Puh. Haben wir es geschafft? Du hast gewonnen. Ja. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir noch weiterfahren müssen. Noch 10 Siege. Okay. So. Reparatur. Das machen wir nochmal. Da oben ist noch ein rotes Schild, was wir noch nicht haben. So. Wie komme ich da hin? Da rüber springen. Aha. So. Jetzt müssen wir irgendwie links. Da haben wir es doch schon. Da waren wir doch schon des Öfteren. Die Typen, die hier Rekorde aufstellen, kennen Paradise wirklich in- und auswendig. Selbst wenn du das schnellste Auto besitzt, heißt das noch lange nicht, dass du auch als Erster ankommst. Es sei denn, du kennst die schnellsten Routen der Stadt. Eure Atomica weiß nicht. Die schnellsten Routen der Stadt kenne ich sicherlich nicht. Nee, aber auch völlig Banane. Ich lasse mich vom Navi leiden. So. Nochmal reparieren. Ähm. Das Rennen, das führt mich hier, glaube ich, immer in die Berge. Da will ich jetzt eigentlich ungern hin. Allerdings, wartet mal, ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Da oben in den Bergen, da gibt es noch ganz viele Kreuzungen, die wir noch nicht erkundet haben. Wir haben noch, also, uns fehlen noch ungefähr 40 Rennen, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Und jetzt so auf den ersten Blick, äh, lässt sich für mich nicht erahnen, wo die sein sollen. Na gut, wir nehmen jetzt einfach mal das Rennen. Ich glaube, das führt uns auch in die Berge. So. Musst du nochmal aufladen. Aber, das war relativ einfach, halt. Man muss halt nur dran denken, dass man die Schlängelstrecke hochfährt und nicht dran vorbeiratet, ansonsten hat man schon gefailt. Na dann. Gib's doch. So, wo geht's denn hier lang? Ach, ne Tanke. Die lassen wir doch gleich erstmal freischalten. Zack. Du bist aufgeladen. Dir drückt mal einer rein. Uah. Könntet ihr sich mal entscheiden? Immer dieses ungeduldige Spur wechseln. Fick dich. So. Als ich das erste Mal durchgespielt hab, da hab ich tatsächlich dann während des Rennens immer wieder auf die Karte geguckt. Und ich hab, ich wusste das gar nicht, dass mir oben das Navi angezeigt, wo ich langfahren muss. Irgendwie hab ich da der guten Atomica nicht zugehört. Wo ist denn hier? Hier bin ich doch durch. Ja, und deswegen hab ich immer auf die Karte geguckt und hab mir gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Da waren noch die alten Burner-Teile tausendmal besser. Bis ich's dann halt irgendwann mal begriffen hab. Und dann ergibt das doch alles relativ viel Sinn. Spaß. Das war ne harte Nummer. Yeah. Alter, die Jungs, die haben halt jetzt auch ordentlich gute Autos, ne? Jetzt muss man hier schon ein bisschen unfairen Mitteln kämpfen. Ich brauch vor allem mal wieder einen Sprung, um meinen Boost voll aufzuladen. So, Navi sagt gerade aus. Navi hat recht. Noch drei Kilometer. Dann haben wir das Ziel erreicht. Hier kam doch irgendwann auch mal ein Sprung. Hier konnte man noch abkürzen. Da kann man zum Beispiel links abkürzen. Okay. Ich glaub, die Gegner, die kürzen nicht ab. Zumindest tun sie's bis jetzt noch nicht. Ob sie's irgendwann mal machen werden, weiß ich nicht. Da unten blinkt's blau. Da hätte man auch wieder abkürzen können. Oh. Okay, wir sind richtig. Das ist gar nicht die Schlängelstrecke. Hier ist es einfach durchbrechen bis oben hin. Und da sind wir oben. Sehr schön. Du hast gewonnen. Erster Platz. Ja, bei Burnout Paradise. Ne, Quatsch. Burnout 3. So hieß das. Das hieß nie. Burnout 3 Takedown. So hieß das. Äh, da gab's aber irgendwann so schnelle Wagen. Formel 1 Wagen, das war dann echt nicht mehr feierlich. Also, da hab ich dann tatsächlich irgendwann aufgehört. Weil ich fand auch, dass die Playstation 2 nicht so eine Auflösung hat, dass man dann so genau gucken kann. Das war mir dann irgendwann zu happig. Aber ich wäre durchaus nochmal gewillt, das nochmal neu zu starten und nochmal auszuprobieren. Hätte ich schon nochmal Bock drauf. Oh, hier. Haben wir was noch nicht freigeschaltet. Los, rum in der Karre. 125 von 400. So läppert es sich halt langsam zusammen, ne? Das ist echt, wenn ich hier rechts runter springe. Schade. Ich dachte, das Gerüst kann man komplett zum Einfallen bringen. Würde ich gerne mal ausprobieren, hier links runter zu fahren. Aber ich fand... So. Soviel zu dem Thema. Also jetzt haben wir leider Gottes. Die Abzweigung verpasst. Ja, das ist halt das Blöde hier oben. Hier gibt es halt relativ wenig Rennen. Das ist mir ja so immer das Ziel. Das wollten wir ja mal machen. Drücke die L1 und die R1-Taste, wenn du einen Showtime-Rekord aufstellen möchtest. Und stürze dich in den Verkehr, um Boost und Dollars zu verdienen. Drücke die Boost-Taste, damit dein Wagen springt und du einen Showtime-Rekord aufstellen möchtest. Und richte Chaos an. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich meine, wir kriegen natürlich jetzt hier kein... Kein Geld. Aber ist doch geil, oder? Ist doch geil. Achtung. So kann man auch runterfahren. Runterfallen. Ach komm. Was soll das? Kann man das eigentlich abbrechen? Okay, ist nicht ganz so lustig, wie ich mir vorgestellt hab. Ich möchte jetzt nochmal irgendwas Schönes fahren. Wieder zurück in die Stadt. Ähm, so zurück. Geht's in die Richtung. Zack. Da haben wir doch schon ein Rennen. Jetzt links. Da oben haben wir ein rotes Schild. Sehe ich noch blinken. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nochmal ein schönes Rennen fahren. So. Boing. Ich meine, er hat recht. Äh, es war rot. Er hat gebremst. War ein Auffallunfall. Unfall. Unfall. Und... Naja. Passiert. Das war das mit dem Sprung. Einfach durchbrettern. Und irgendwann kam ein blinkendes blaues Licht zum Vorschein. Da einfach geradeaus durchbrettern. Und dann müsste man theoretisch genau... Das ist falsch. Das ist falsch. Das war der Weg hochwärts. Das war mein Muskelgedächtnis. Da hat mein linker Daumen gezuckt. Und hat gesagt, fahr da wieder rechts hoch. Nein. Das ist natürlich verkehrt. Und so ist man jetzt schon letzter. So schnell kann es gehen. Okay. Die crashen sich hier gegenseitig. Okay. Okay. Wir sind fünf da. Also es wird wirklich irgendwann so knackig. So. Ein kleiner Sprung wäre jetzt echt nie verkehrt. Oder mal ein Crash von den Jungs. Genau. Ich glaube, das lädt unser Boost auch wieder auf. Sehr schön. So. Jetzt hier irgendwann... Ach du Spaß, Mann. Fahr doch mal zur Seite. Fuck. Ey. Hier ist überhaupt nicht der Sprung. Wo ist denn dieser blöde Sprung hin? Da ist er. Den meine ich. Und runter. Er ist einfach nur durchbretternd. Yeah. Sehr schön. Diesen Sprung meinte ich. Aber ich kann es mir auch nie merken, wann der kommt. Ich rechne immer damit. Und dann bin ich angespannt. Fahr wem rein. Und dann bin ich letzter. So. Noch acht Siege. Ach guck mal da. Jetzt kommen die anderen Jungs erst an. Okay. Wieder einen neuen Wagen freigeschaltet. So. Das Rennen nehmen wir auch noch gleich mit. Okay. Wir nehmen die zweite Abbiegung in der Stadt. Ich glaube, auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, dass das die schnellste Route ist. Vielleicht nicht die kürzeste, aber die schnellste. Schön vergessen hier. So. Boost ansammeln, indem man schöne Stunts macht. Und immer schön draufhalten. So. Nummer eins. Und Nummer zwei. Die nehmen wir jetzt. Okay. Nehme ich doch nicht. Ey. Denkst du, ich sehe das? Denkst du, ich sehe das mal? Ne. Sehe ich nicht. Okay. Wir verlassen uns dann doch aufs Navi. Nehme ich doch noch mal durchnossen. Okay. Links. Mann ey. Der hat aber auch Zunde unter der Haube. Da kriegen wir erstmal einen Takedown. Spast. Komm. Fuck ey. Da habe ich einfach zu lange umgetrödelt. Oh. Den hat es aber richtig... Ach ja. Natürlich. Was macht denn er? Er kommt aber ganz mit Absicht hier auf meine Spur. Hätte man hier mal ein bisschen ausweichen können. Hä? So. Das gibt den benötigten Boost. Ich weiß gar nicht. Springt man hier nicht nochmal irgendwie über so eine Brücke? War das nicht die Tour? Oder nicht? Fick dich, Junge. Fick dich einfach nur. So. Revenge. Durch die Tanke. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Was? Ich bin doch gerade durch die Tanke gefahren. Warum ist denn mein Noss immer noch so leer? Leer. So. Noch ein bisschen Noss aufbrauchen. Nicht aufbrauchen. Aufheben. Einsammeln. Wie auch immer. Und jetzt die Innenkurve und nochmal voll Noss geben. Jawohl. Sehr schön. Wieder ein Sieg. Auf unser Konto. Und damit müssen wir nur noch... Wie viel sind es? Sieben Siege einfahren. Und dann werden wir in die Klasse A hochgeboostet. Erfahren wir einen Levelaufstieg. So. Vor Freude mache ich einen Luftdruck. Ich möchte einmal noch hier lang gucken. Ich habe irgendwie gerade das ungute Gefühl, dass hier noch irgendein rotes Schild ist. Ein kleines rotes Schild, was sich vor mir versteckt. Aber ich sollte mich irren. Da. Ne. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das da oben haben wir auch schon. Das haben wir noch nicht. Ich glaube den. Ja, den Sprung haben wir schon x-tausend Mal gemacht. Ist hier drüben noch irgendwas. Das gibt es da nicht. Irgendwo müssen noch die ganzen roten Schilder sein. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Ampel, die wir noch gar nicht überfahren haben. Ein Rennen. Aha. Sehen wir hier noch irgendwas am Horizont. Ein Parkhaus. Ich vermute, da waren wir schon des Öfteren drin. Und ein rotes Schild. Ein rotes Schild. Ein Parkhaus. So soll es sein. Wie kommt man da hoch? Man kann auf jeden Fall drauf springen. Da oben sehe ich eine Rampe. Das will ich jetzt noch ausprobieren. So. So oft gedreht, dass ich schon wieder gar nicht mehr weiß, wo das blöde Schild ist. Da ist das Schild. Da muss es sein. Äh. Channel 5 News gibt es ab heute nicht mehr. Und dieser Part. Ah ne, wir haben noch einen. Wir haben noch einen Versuch. Ach guck mal. Jetzt. Passt auf. Ready. Jawohl ja. So und nicht anders. Da liegt es. In Schutt und Asche zerberstet. Bis zum nächsten Mal.